So, was haben wir jetzt vor? Erste Runde rausfliegen oder erst zweite? Och, joa. Mal gucken, ne? Ja, jedenfalls habe ich letztes Mal mal wieder etwas aus dem Maul von Geist holen müssen. Und dann habe ich es so rausgezogen und bin mit dem Finger an ihrem scharfen Zahn hängen geblieben und habe voll den Finger aufgeschlitzt. Das tat so weh und es hat so geblutet. Das war das ätzend, ey. Ja, und der Unfall mit dem Ohr ganz am Anfang. Am ersten Tag direkt, wo sie mir ins Ohr gebissen hat und sich mit ihrem Zahn in mein Ohr reingverkantet hat. Aua. Sie so rausgerissen und dann hatte ich so ein aufgespaltenes Ohrläppchen. Das war auch unangenehm. Aus dem Weg, Polk. Ich bin mir mit dem Strom. Ohrläppchen. Nein! Das war nicht cool. Das war absolut nicht cool. Ich muss durch die Mitte. Ich bin durch die Mitte gekommen. Ich muss nur noch rennen. Ich renne. Und ich bin drin. Ich komme. Ich bin da. Aber man merkt sofort, man kennt die Runde irgendwie doch schon, ne? Nicht so wie die anderen Maps. Ja, die Map war gut. Mhm. Ich glaube ja. Ich weiß es nicht. Möglich. Also hier steht ab und zu, man muss die Dinge einsammeln. Aber man steht nicht warum. Also da steht nicht warum. Ich bin so froh, wenn das mit dem Haus durch ist, ne? Bin ich froh. Wie lange dauert das noch ungefähr? Wie lange das noch ungefähr dauert? Mhm. Also bis jetzt steht ja das Haus. Mhm. Also quasi die Außenhülle. Und innen drin ist quasi, die Wände sind einseitig beplankt. Das heißt, sie müssen alle komplett noch gedämmt werden. Boah. Nachdem sie alle gedämmt wurden, müssen sie einmal mit Pharmazell beplankt werden. Dann muss eine Dampfsperre rein. Dann müssen die alle nochmal beplankt werden, die Wände. Dann müssen sie verspachelt werden. Dann müssen sie tapiziert werden. Okay. Dann kommt Estrich rein. Danach müssen noch die ganzen Böden verlegt werden. Inklusive Fliesen im Badezimmer. Also irgendwann nächstes Jahr. Es wird noch ein bisschen dauern. Also angeteilt ist Anfang nächsten Jahr, ja. Ich hab dich festgehalten. Ach, würde ich nie tun, sowas. Das würde ich nie tun. Sobald wir raus sind, mach ich mir einen Kaffee. Ist er erst dreiviertel elf. Ja, in letzter Zeit, oder in geraumer Zeit, seitdem wir den Wunsch des Hausbaus haben, hab ich mich natürlich auch extrem viel informiert über das Hausbauen. Ja, Nassi, ich hab dich nicht einfach nur festgehalten. Ich hab dir einen Schubs gegeben. Einen freundlichen kleinen Schubs. Genau. Ich hab dir einen Schubs gegeben, damit du als erstes ins Ziel kommst. Äh, ein Tab. Äh, ein Tab. Äh, ein Tab. Uh. Nein, da kommt... Warum versuch ich das nochmal? Das hat letztes Mal schon nicht funktioniert. Voll einen auf die zwölf gekriegt, ey. Ja, kommt her. Ich bin auch jemand, der macht Fehler gerne fünfmal, nur um sicher zu gehen, dass das ein Fehler war. Kommt mir bekannt vor. Ja, jedenfalls, wenn morgen das ganze Material dann da ist, fangen wir an zu dämmen. Und für das Dämmen hatten wir uns so max... Maximal eine Woche als Ziel gesetzt. Lieber eher. Das so funktioniert, man wird sehen. Ob wir so schnell sind, man wird sehen. Nein! Das war nicht gut. Ich tue nicht, lass mich durch. Lass mich anzt, ich bin durch. Mach auf! Oh nein! Oh Crap! Oh Crap! Oh Crap! Das war auch Crap, Woh! Boah, wäre ich in diese kleine Lücke da reingefallen. Ich glaub, das hätte ich gewacht. Komm drin. Ja, ich hab ein paar Lücken gefunden. 91 Arme. Ah. Ja. Sind alle drin, das war super. Diesmal gar nicht so schlecht. Machen wir was falsch? Das war super nasti. Hab ich richtig schön gefunden. Ja, Sarwif, da hast du auch wieder recht, ne? Ja, momentan bin ich auch ein bisschen... Ich weiß auch alles... Ich weiß gar nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Keine Ahnung. Gestern hab ich so ins Bett gefallen, ne? Ich wollte eigentlich gestern auch streamen, aber... Ich kam nach Hause, die Kinder fertig gemacht, hab die ins Bett gebracht, hab was gegessen, dann hat meine Tochter auf der Couch gelegen und wir haben da so gelegen und hab mich einfach eingepennt. Und irgendwann hat der Hund mich dann geweckt, weil er raus wollte und das war um 3 Uhr nachts. Hättest du heute nicht noch Fallgeist gezockt, dann hätte ich wahrscheinlich auch nichts mehr gemacht. Die ist so süß beim Schlafen, eben auch zwei Wälder gefällt. Ja, ich find das immer voll... Oh, die Katze. Ich dachte, der Hund ist wach. Mist. Es war nur die Katze und die Katze ist wach. Ich find das immer lustig, wenn die... wenn sie schläft, also wenn Geist schläft, dann legt sich Arya, also die Katze, immer so richtig schön... Ach, als wenn sie frei wäre, so mitten auf dem Boden. Ah, wieder die Map. Ich klebe wieder einen Boden, dann raste ich aus. Aber Geist ist auch beim... beim... beim Schlafen immer sehr aktiv. Ich weiß nicht, was sie da genau macht, aber sie ist sehr aktiv. Nasti ist nicht schlimm. Tanzen kannst du ruhig. Rennt die auch im Schlaf? Bitte? Rennt dein Hund auch im Schlaf? Beziehungsweise... Ja, macht gut. Sehr interessant. Und dann... dann wuffelt sie immer dabei. Meine bellt nur im Schlaf, aber sowas von immer mit geschlossenen Mund, das hört sich so gruselig an. Ist dann wirklich so laut, dass du mit Kopfhörern und Noise Cancelling hör ich dann so von hinten so... Ich, 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 ich. Na? Lass mich durch, lass mich durch. Mach auf! Lass mich durch! Ich muss durch! Ich will nicht wieder runterfallen! Meine Güte! Ist das stressig, ey! Oh, dieses Gedrängel hier. Ja, das ist schlimm, ey! Warum ich nur noch online bestelle? Oh, da wechseln die auch noch. Ja, die wechseln! Ah! Boah, ey, da wird mir total schwindelig bei... Muss ich da rüber? Oder kann ich einfach da rüber springen? Das geht nicht. Oder ich warte einfach aufs Board. Genau. Ich warte aufs Board. Oh, Gott, ey! Oh, Gott, ey! Oh, mein Gott, ich bin raus. Ich glaub, angetrunken darfst du sowas hier nicht spielen. Oh, Gott! Du kriegst da Epilepsie, weil, ey... Ja, die Träume würde ich auch gerne mal kennen von dem Hund, ey. Sehr interessant, weiß ich mal, was ihr das treibt. Oh, der Kumpel ist auch raus. Ja. Wir... Ihr schubst mich. Ja, ist das irgendwie schon. Total kompliziert. The fuck? Dann schlaf schön. Was mach ich hier eigentlich? Ich soll einfach nur reinkommen. In den Stil. Könntest du... Ja, nur ins... Ich bin noch nie so weit gewesen. Oh, vier Wochen noch Urlaub. Cool. Ich hab Urlaub, wenn das Haus irgendwann steht. Dann chill ich erst mal. Ich sag's euch, dann werd ich wieder... Gut, zum Henker geht's jetzt lang. Boah, ich glaub, dann werde ich... Dann werd ich auf jeden Fall mal so ein 12-Stunden-Spean oder so. Oh, oh, oh. Boah, darauf hätt ich Bock. Ich glaub, das mach ich dann. Boah. Ich hab keine Ahnung wie. Ich hab selbst nicht gewusst, was ich mache. Ich bin irgendwie... Ich bin noch nie so weit gewesen. Boah, meine Hände schwitzen, ey. Du hast uns gecarried, ne? Ja. Ungewollt. So ab und zu hab ich so'n Anfall von Können. Jetzt fällt er rein. Komm. Bitte fahren. Nein, du schaffst... Er schafft sie nicht. Oh mein Gott. Was für ein Idiot. Hat er's geschafft? Oh, krass. Oh, krass. Ich bin ja richtig der geile Trupp, ey. Muss ich mal ganz kurz ein... Eine Erinnerung stellen. Was? Information? Eine Erinnerung stellen. Äh, der Schweifmist. Ich bin am Dienstag zu ihrer Freundin und ich muss sie da hinbringen und ich will das nicht vergessen. Und ich vergesse halt alles momentan irgendwie. Also stelle ich mir schnell eine Erinnerung. Jetzt vergesse ich's nicht. Nee, ich will das nicht. Warum nicht? Was ist das? Ach, Schweif. Ja, Schweif. Ich hasse Schweif. Ich guck mir das erstmal alles an. Ja, du hast einen. Komm her. Gib mir deinen Schwanz. Hol dir selber einen Schwanz, ey. Das hast du mir falsch geklungen. Ja. Ja, im Nachhinein hast du recht. Komm her. Na, aber... Komm. Komm her. Komm her. Bleib stehen. Nein, nicht du. Ach doch, das bist ja... Oh Gott, das bist ja du. Ja, da ist das Können wieder komplett weg. War gut, dass du das gesagt hast und damit gerechnet hast, dass das ich singen könnte. Ich will einfach hier in der Ecke stehen und hoffe, dass hier keiner hinkommt. Hier kommt jemand hin. Zwei Leute hin. Oh Gott. Ich bin weg. Nein. Runtergefallen. Fuck. Und cool. Mein Schwanz ist nie verloren. Ich hatte hier die ganze Zeit... Ach, ich dachte, die Zeit ist vorbei. Ist ja noch gar nicht vorbei. Fuck. Ich hätte nichts sagen sollen. Verlängerung? Warum denn jetzt schon wieder Verlängerung? Was wollt ihr mit einer Verlängerung? Ich... Verlängerung finde ich scheiße. Hä, wie... Was? Ich habe keine Ahnung. Jetzt hat er meinen Schwanz. Noch Verlängerung? Komm her. Nein, weg. Verpiss dich. Ja, jetzt hat er den. Jetzt hat er den. Komm her. Alter, der ist irgendwie schneller als ich. Oh, sie haben ihn mir geklaut. Ja, mir auch. Gerade eben. Ey, warte. Ja, klar. Alter, was ist das denn? Ja. Wir hatten die ganz... Nein. Ja, 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 ja. Das ist ja wohl eine Riesen-Fan. Ja, ja, ja. Jetzt kommt dann keine Verlängerung. Ja. Das ist ja wohl eine Frechheit. Refund. Ich will meine 0 Euro zurück. Wir hatten doch drei Wahl. Ich will... Bei drei Verlängerungen... Ich habe schon drei Minuten lang. Die ganze Zeit. Bis auf... In den letzten zwei Sekunden, da wurde er mir weggenommen. Und dann war keine Verlängerung mehr. Bei mir auch. Irgendwie acht Sekunden vorher oder so. Betrug. Das war Betrug. Und ich mache jetzt Cameras und rauche eine, weil ich habe jetzt Stress. Ich dachte, es ist vorbei, da bin ich in diesen Tunnel reingeflogen. Ja, das war Astrainer Betrug. War in der Mütze. Und da war so ein Haufen von Menschen. Ja. Ich habe meinen Schwanz verloren, habe ihn aber wieder zurückgekriegt und habe ihn dann nochmal verloren. Ja, da hat einer was gegen Schafe. Alles klar, Sabev. Schlaf, schön, träum, schönes. Denk immer dran. Schlaf, wenn das Baby schläft. Das gilt auch für Welpen. Schlaf, wenn das Baby schläft. Das ist die allerhöchste Regel. Das ist der einzige Typ, den ich immer nur jedem... Der war gut. Ich habe mal einen Schuss getroffen. Yay. Sogar richtig... Gute Nacht. Schlaf, schön. Der Skin von Nasti sieht da geil aus. Diese Powerlocke. Aber anders ist überhaupt kein Ding. Wirklich nicht. Das war jetzt wild mit dem... Ich würde ja auch gerne öfter Shoutouts geben, aber irgendwie ist hier kaum jemand da, der die sehen könnte. Außer mir natürlich. Ein bisschen erbost. Darauf esse ich mir jetzt was. Wie immer. Wie immer beim Streamen. Alles klar, Nasti. Mit seinem gewinnen wir jetzt mal, oder? Ich habe mir vorhin eigentlich noch richtig leckere Nudeln hingestellt und dann bin ich kurz im Badezimmer gewesen, komme wieder und mein Kater schwatzt. Ja. Aber ich kann dem echt nicht böse sein. Das geht nicht. Sieben bis zwölf Folgen deiner Serie gucken. Okay. Was schaust du denn? Vor allen Dingen sieben bis zwölf so spezifisch. Das ist halt, wo die sagen, ich gehe jetzt 3,42 Minuten aufs Klo. Ich habe ja auch mal angefangen zu gucken. Was guckt er denn? Ich kann es nicht lesen. Fairy Tales. Oh nein, wieder was mit Wasser. Also ich weiß nicht, ich finde diese Map kacke. Oh nein, ich fand es kacke. Ich finde das mit dem Wasser irgendwie super interessant, aber gleichzeitig so kompliziert. Was mache ich denn hier? Ja, jetzt. Oh Gott, ich bin ja auch so blöd. Was sagtest du jetzt? Ja, es stimmt aber auch. Oh, komm schon. Nein, ich klippe. Ich habe dazwischen gehangen. Was soll das? Ah. Es ist kaum von. Ich finde es kacke. Ja, ist auch. Richtig, richtig, richtig schlecht. Das ist, als hätte irgendjemand mit einem epileptischen Anfall den Map gemacht. Nein. Nein. Oh Gott, ich hasse diese Maps. Ich hasse diese Maps. Ich hasse sie einfach nur. Ich hasse sie. Oh, jetzt hat er mich auch noch geblockt. Oh Mann. Hm. Ich weine. Hm. Die Maps vereint alles, was ich nicht mag. Nein. Oh Gott. Ich schaffe das nicht, Leute. Sorry. Was macht, was? Warte, 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 warte. Oh, wir blocken die denn ständig, Mann. Ich bin ganz am Ende gewesen und die Dinger schießen mich einfach mal unten an die Decke von dem Ding. Ah. Ah. Ich hätte eigentlich durchs Rohr springen sollen, oder? Ich weiß es nicht. Lass mich da rein. Ah, schade. Ich weine mit besonders spiel. Ja, ich verruf's. Wurden wir wieder gecarried, ey. Ich bin mir sicher, das sind noch hundertmal mehr gewesen. Gerade bei Fall Guys. Wenn ich überlege, dass ich gleich wieder raus muss. Oh, keine Lust. Es ist so kalt. Bin nicht raus. Es ist kalt. Es regnet. Es ist kalt. Oh, ich regne. Keine Ahnung. Ich hab's jetzt einfach gesagt. Okay. Ich wollt grad sagen, ich möchte nicht rausgucken, weil die Chalosien sind unten, aber wenn's regnet, dann will mein Hund sowieso wieder. Gestern hat's geregnet. Äh, und morgen soll das regnen. Mal gucken. Vielleicht regnet es auch schon, aber... Ich hab's jetzt einfach mal prophylaktisch schon mal gesagt. Oh, Leute. Leute. Aus dem Weg. Es ist ja nun mal so. Morgen hab ich keine Ahnung, wann es losgeht mit Anlieferungen. Die Spedition meldet sich eine Stunde vorher. Oh, geil. Oder die Speditionen melden sich eine Stunde, bevor die hier ankommen. Nein! Das heißt, keine Ahnung, wann die da sein werden. Keine Ahnung, wie viel Schlaf ich kriege, ob ich mich vielleicht nochmal hinlegen kann, nachdem ich die Knapp geliefert habe. Ich hab keine Ahnung. Deswegen kann ich auch nicht Alters- Was, was, was? 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 Oh, ich mag diese Wassersektion nicht. Sie auch immer ziemlich anstrengend, muss ich sagen. Ich unterschätze immer, wann die aufhört. Ja, eigentlich ist die gut, weil man da nicht so leicht runterfällt, aber wenn du da ganz blöd gerade raus springst aus dem scheiß Wasser, dann ist das kacke. Na, gleich, 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 jetzt. Aber gut. Guck mal, wie viele Punkte wir haben, ey. Ja, die Runde lief nicht schlecht. Gott, ich muss nach dem Stream hier noch ein bisschen putzen. Ich hab so keinen Bock. Das hab ich zum Glück vorher gemacht. Ja, ich hab's auch vorher gemacht, aber dann hab ich Pause gemacht und dann hab ich vorher weiß gezockt. Ja, das kenn ich. Also, wenn man einmal aufhört, dann ist man scheiße. Ja. Hauptsache, vor einem Kumpel. Was ist die Wette denn? Oh, ich weiß ja. Ja. Das ist wie eine Krone gewinnen. Okay. Hörst du meine Begeisterung? Hätt ich das vorher gewusst. Lass, hier, hätt ich das vorher gewusst. Hoverboard Survival 2. Juhu. Hm. Ah ja, Kumpel, ist das so? Ist das so? Jetzt übertreib mal dich. Hörst du mal auf, hier zu tanzen. Hä? Nein. Ich, 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 ich komm. Mach auf. Ich komm da nicht hoch. Was ist hier los? Ja, nicht hochkommen. Problem kennen einige. Oh nein, nein, nein. Ich bin rausgefallen. Warum? Oh, crap. Egal. Schaffen wir doch irgendwie. Zieh nicht mit. Carrying, ihr müsst carrying. Äh. Ihr schafft das. Ihr seid es. Nein. Ihr werdet es sein. Wie ich erst runtergesprungen bin und dann wieder rückwärts mich festgehalten und rausgepussied. Leute, das ist kein Hoverboard. Das ist ein Schlitten des Todes. Ja, da hast du recht. Wann, was? Oah, Wut. Wut. Hat der mich rausgeboxt. So viel zum Carrying. Nasti muss tanzen. Ja, Nasti. Go, Nasti, go. Los, 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 los. Ihr wisst, das schafft, ihr schafft das. Ich zieh auf euch. Nasti und Kumpel sind noch drin, ne? Ja. Uh. Ja. Uh, ja. So, so sollte das nicht klingen. Nice. Yes, qualifiziert. Danke, Kumpel. Dankeschön. Nasti, bist du auch reingekommen? Also, ins Ziel? Ich habe aber gerade bei Kumpel zugeguckt, deswegen habe ich es nicht gesehen. Ja, ich habe auch bei Kumpel gesehen. Wurde weggeschubst. Oh, brechheit. Oh, crap. Brechheit. Oh, ich hasse diese Map. Ich hasse. 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 Bei der Map kommt es nur darauf an, mit wem du spielst. Ich hasse diese Map. Vor allen Dingen sind es immer so tolle Idioten dabei, die schieben die Blöcke einfach nur rückwärts, die ganze Zeit. So richtig Profi-Trolle. Also hier bin ich auf jeden Fall raus, da kann ich euch nicht helfen. Ich kann diese Map einfach nicht. Die ist eigentlich einfach. Wenn du nicht Idioten dabei hast. Das Ding. Komm, genau. Kumpel, schieb es hier hin. Schieb es her. Schieb es her. Los. Oh, scheiße. Ich hab's nicht mal geschafft, da drauf zu springen. Ah. Was? Nein. Oh. Wie hab ich das geschafft? Äh, ich glaub, ich bin erster. Oh, gut. Oh, krass. Nein. Oh, krass. Oh, krass. Jetzt geht's los. Jetzt komm ich nicht weiter. Nein, ich komm da nicht hoch. Ich hab zu kurze Beine. Kurze Beine. Nein, ich wurde wieder zurückgeweht. Was soll das denn? Ich hab's gesehen. Geil. Jetzt komm ich nicht hoch. Du bist quasi ins Ziel gesprungen und dann rückwärts wieder geflogen. Ja. Noch zwei Punkte geholt. Ja, komm, bitte nächstes Mal hochheben. Danke. Da seh ich mich. Wie du mich da hochhebst. Da seh ich mich. Wie du mich quasi ins Ziel trägst. Ja, das find ich gut. Da seh ich uns, Kumpel. Da seh ich uns. So, und jetzt bitte ne richtig scheiß Map. Das eine Team ist zu dritt, ja. Die haben Pech gehabt, würde ich sagen. Abschweifen. Zehn Spitzen Finale kenn ich überhaupt nicht. Ja, ähm, da bin ich ganz am Anfang rausgeflogen und ich kenn die Map nicht. Oh Gott, nein, doch nicht. Ich kenn die Map gar nicht. Was ist das so? Was macht man da? Ich hab, ich hab, ich hab keine Ahnung. Ist das so wie, ähm, das andere Zehenspitzen? Das ist, ich, ich... Was passiert, wenn man runterfällt? Ist man dann raus? Probier's aus. Okay, man ist nicht raus. Huch, ich hab's für euch getestet. Äh? Nein. Ali, dann nass die her. Ja? Nein, nicht nach vorne. Fuck. Ja, hier, der ist es. Trau mich nicht! Nein! Ja, jetzt weiter. Nein! Oh Mann, ich war so weit. Ich hab schon wieder vergessen, wo's lang geht. Oh nein, 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 nein. Warum ist das auch so lang hier? Oh Gott. Oh Gott. Das geht gar nicht mehr. Wie sieht's aus? Schlecht? Nein, schade. Ja. Ich war so weit! Wie Schweine. Wobei ich glaube, dass... Bei dieser Runde wär's wirklich am besten, wir rennen einfach durch und probieren alles aus. Ja. Nicht so vorsichtig. Bei der anderen musst du vorsichtiger sein, aber hier nicht. Bitter. Bitter. Richtig bitter. Ja. Ja, jetzt bin ich mit dem Kumpel alleine hier. Wieso, wo? Oh, ich bin irgendwie drauf. Ja. Ich hab keine Ahnung, wieso, aber du müsstest mich irgendwie neu einladen. Ja. Ich hab mich schon gewundert, warum ich alleine da stehe. Wir danken dir, Nasti. Spaß gemacht. Oh ja. Oh ja. Oh, ich kann natürlich die Show auswählen. Ha! Ha! Es gibt's mehr Shows als nur eine. Haha. Haha. Wir sind jetzt nicht alles, ne? Aber verlieren ist scheiße. Haha. 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 Ah. Haha. 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 Vielen Dank.